So, da sind wir schon wieder zurück mit den nächsten Aufgaben, beziehungsweise der nächsten Aufgabe. Nämlich die Autogeschichten haben wir jetzt gerade eben fertig gemacht. Wenn ihr dazu die Lösungen haben wollt, guckt da einfach mal in der Playlist drin, wo auch hier das Video drin ist. Aber ganz am Ende vom Video kommt auch nochmal die Playlist. Was wir jetzt machen, wir sammeln die Kochbücher in Pleasant Park und Craigie Cliffs. Eins habe ich angeblich schon gesammelt. Ich wüsste zwar nicht, da ich eins aufgehoben habe, aber lieber eins mehr als eins zu wenig. So, in Pleasant Park, ganz simpel eigentlich schon erklärt, wenn ich jetzt mal wüsste, wie der Zoom geht. LOL, so gehen wir da auf die Map. Ich erkläre es ganz kurz, geht einfach hier ins erste Haus, da ist in der Küche das erste Buch, da das zweite, da das dritte, da das vierte. Wenn ihr in Pleasant Park landet. Ob in den anderen Küchen auch noch Bücher sind, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich denke mal schon. Genauso sieht es aus in Craigie Cliffs. Geht einfach in die normalen Häuser und sucht nach der Küche. Jetzt mal ohne Quatsch. Warum schießen immer alle in der Nobby? Yei, yei, yei. Wie gesagt, wenn ich euch damit schon helfen konnte, gerne ein Like dalassen, gerne ein Abo dalassen. Schaut auch gerne in Livestreams vorbei. Lasst da mal gerne eine schöne Runde Custom Games zocken. Also, einfach mal vorbeischauen, schön Custom Games zusammen daddeln und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in den Livestreams. Ich probiere jetzt natürlich die Aufgabe, keine Panik. Ich muss nämlich dann quasi, einmal müssen wir quasi im Kreis gehen. Ich brauche hier nur noch drei Bücher. Ich weiß nicht, ich habe hier eigentlich nur mir den Kanister damals geholt, in der Pleasant Park Aufgabe für nach Lazy Lake zu fahren. Und irgendwie hat da schon gezählt, ich habe es angeblich eingesammelt. Deshalb, weil normalerweise hebe ich nichts auf, bevor ich es nicht in der Aufgabe fertig habe. Beziehungsweise fürs Video. Aber, natürlich, hier müssen wir landen. Und eins dürfte euch klar sein, ihr habt eine Menge Besuch. Ist natürlich die Frage, wie die Leute die Aufgaben machen, ob sie jetzt gerade in Sweeties Hands rumtouren. Aber Pleasant Park müssen ja auch viele hin. Und das ist halt einfach das Problem. Denkt dran, ihr habt noch Zeit, bis der Battle Pass neu startet. Aber wie ich euch kenne, probiert ihr es eh direkt, genauso wie ich hier. So, dann würde ich sagen, Abfahrt. Und 500 Meter, bis jetzt sehe ich noch keinen, der mit mir kommt. Das ist schon mal gut. Aber ich räume natürlich auch gerne Pleasant Park. Auch für alle, die mich kennen, wissen ja, für mich ist Pleasant Park ja eine Kleinigkeit. Also sollte ich sterben, nochmal. Da ist ein Kochbuch in der Küche, da ist ein Kochbuch, da ist ein Kochbuch, da ist ein Kochbuch. So, wir probieren jetzt in dem ersten Haus direkt zu landen. Sieht aber ruhig aus. Da hinten landet einer, das ist nicht schlimm. Stand jetzt. Gut, Waffe haben wir schon mal. Hier sollte eigentlich ein Kochbuch liegen. Das heißt nämlich, das wurde angeblich schon eingesammelt. Dann gehen wir nämlich direkt ins nächste Haus rein. Jetzt hoffe ich nämlich, dass der hier landet. So, hier ist die nächste Küche. Und was sehen wir da? Ja, richtig, ein Kochbuch. Gut. Wenn Gegner, dann bitte nur so Gegner. Dann gehen wir nämlich direkt ins nächste Haus. Zack, hier ist die Küche. Hier. Zack. So sehen die Bücher dann aus. Einfach aufheben. Zack. So, dann gehen wir nämlich schon rüber ins nächste Haus. Also bis jetzt muss ich sagen, läuft die Aufgabe richtig gut. Dafür, dass es Plätzen-Punk ist, ihr wisst selber, gefühlt ist hier die Hölle los. So, hier ist die Küche da. Und da würde ich sagen, einmal hier, so sieht das Buch aus, interagieren und fertig ist die Aufgabe. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, guckt gerne in den Livestreams vorbei. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.